Wir nennen ihn zehn Gründe NPD zu wählen. Wir erklären die Familienförderung zur Chefsache. Wir wehren uns gegenüber Fremdung und kämpfen für die Heimat. Wir sorgen für Transparenz in den Parlamenten. Wir wollen unser Volkseigentum bewahren. Wir kämpfen für den Bestand der lokalen Infrastruktur. Wir stärken regionale Wirtschaftskreisläufe. Wir stehen für gebührende Unterstützung des Ehrenamtes. Wir folgen nicht blind der Fremdlenkung aus Brüssel und Berlin. Wir wehren uns gegen die öffentlich gesteuerte Abzocker. Wir bevorzugen Lebensmittel vom Bauern um die Ecke. Am 26. Mai mit allen Kreuzen NPD wählen.